Hallo, ich grüße dich hier zu einem neuen Video von Bartle Invest und du wirst schon sehen, ich sehe heute mal überhaupt nicht nach einem Trading Video aus. Also ich werde heute mal nichts über das Traden erzählen, mal so gar nicht, aber ich hatte ja schon mal angesprochen und mich hat jetzt mal jemand nochmal gefragt, dass ich gesagt habe, ich mache dazu mal ein Video. Und das will ich jetzt mal direkt hier machen und zwar habe ich ein paar Mal erzählt, dass ich ja begeisterter Sportschütze bin und ich will das jetzt hier mal ein bisschen in meine Trading Videos hier mit einfließen lassen, weil ich das Gefühl habe, das interessiert so einige. Und heute ist sozusagen das erste Video, vielleicht mache ich da so jetzt mal eine Reihe draus, im Leben eines Traders sozusagen, dass mal ein gutes, vielleicht ein gutes Video auch mal zu erzählen, was so der Ausgleich ist, dass man definitiv Hobbys braucht und ich bin erstaunt, wie viele Leute keine Hobbys haben, die wirklich nur nach Hause kommen und nichts zu tun mehr haben. Man braucht den Ausgleich, gerade im Trading irgendwas, wo man den Kopf wirklich mal frei bekommt und das Beste meiner Meinung nach ist, das beste Hobby, wo man den Kopf mal wirklich frei kriegt und abschaltet, ist der Schießspurt. Und da will ich euch heute mal mitnehmen und ich zeige euch mal ein bisschen was. Ich habe ja letztes Mal auch in einem Video erzählt, ich habe mir was Neues gekauft und auch das möchte ich euch jetzt hier mal zeigen. Ich mache das zum Beispiel auch immer, wenn ich meine Coachings habe, wenn ich jemanden hier persönlich habe, entweder so ein Komplett Trading Coaching, habe ich jetzt bald wieder jemanden da, der kann sich schon mal freuen. Oder einfach nur so ein Tagescoaching, wo wir sagen, zum Beispiel jetzt nur die Handelsstrategie und das sind erstaunlicherweise auch die meisten, die kommen. Die wenigsten brauchen so Komplett Trading Ausbildung, stelle ich mittlerweile fest. Die informieren sich überall, den meisten fehlt halt die richtige Strategie und das sind eigentlich die meisten, die ich immer auch persönliche habe. Die sagen andere, jetzt zeig es mir mal, ich will es jetzt wissen mit den Beweisen nochmal etc. pp. Und die kommen meistens her. Und der Ausgleich hierfür ist auch immer gern schießen. Ich gehe mit den Leuten immer mal schießen, soll gehen erst Mittagessen und dann fahren wir mal auf den Schießstand eine halbe Stunde, lassen wir mal ein paar Schuss raus, bevor es wieder an die Monitore geht, weil dann kriegt man wirklich mal den Kopf frei. Und also wenn du irgendwann mal bei mir sein solltest, wenn du irgendwann mal Interesse hast, vielleicht hier im Trading mal einzutauchen und vielleicht auch die Strategie mal kennenzulernen, werde ich auch mit dir auf den Schießstand fahren. Aber jetzt zeige ich dir mal schnell, was wir heute machen. Ihr seht schon, ich habe hier eine riesengroße, schwere Tasche, gerammelt voll mit Munition, Gehörschutz und Schutzbrille. Und eben meine Gewehre, Pistole ist auch dabei, ich habe meine Glock mit, auch mit der werde ich heute mal schießen und euch zeigen. Aber jetzt fahre ich erst mal zu einem Kumpel, dann geht es an die Hinterösterreich, da fahren wir heute erst mal Wurfscheibe schießen, also Tontauben. Und danach fahren wir noch auf den Schießstand, das sagst du um 10 Uhr bis 0 Uhr, bis in die Nacht rein, werden wir heute ein bisschen rumballern. Aber erst mal auf den Wurfscheiben schießen, ich möchte euch mal zeigen, was ich da heute Schönes mit habe, um eben den Kopf frei zu kriegen. Denn man muss mal sagen, heute ist Donnerstag und die meisten sitzen jetzt noch auf Arbeit. Und das Schöne als Trailer ist, wenn man seine Tagesarbeit erledigt hat, kann man auch mal schon eher mit der Freizeit beginnen. Und deswegen fahre ich eben jetzt auf den Schießstand. Jetzt zeige ich euch mal, was ich heute mitnehme, was ich als erstes mache. Und das wird eben Wurfscheibe schießen sein. Und jetzt möchte ich euch mal zeigen, was man dafür nimmt. Und zwar nimmt man dafür sowas, ich muss erst mal zusammenbauen, weil ich kriege das sonst nicht so nicht in meine Tasche rein, weil das Teil halt wirklich hundselend lang ist. Und baue ich erst mal zusammen hier. So, das war's auch schon. Das ist eine Bock-Doppelflinte. Die nimmt man eben zum Tontauben-Wurfscheibe-Schießen. Und das ist das Erste, was wir heute machen werden. Das heißt, so eine aus Ton, so eine Scheibe wird in die Luft hochkatapultiert und ich stehe dann halt unten mit zwei Schuss Schrot im Anschlag und muss eben dann, zack, zack, die beiden versuchen runterzuholen. Das ist gerade im Sommer richtig geil und ein richtig schöner Ausgleich zu dem täglichen Vormonitor-Sitzen und Handeln. Und danach fahren wir auf einen Indoor-Schießstand und da habe ich was anderes. So, Achtung. Okay. Einmal das hier. Ihr sagt alle, boah, ein AK-47. Nicht ganz, also schon von der Optik her, es ist ein AK-47-Klon. Das heißt, es ist ein Nachbau, aber er klingt auch wie eine AK-47. Also, ganz nice. Na, das ist ein Nachbau, also momentan sowieso Kalaschnikow da irgendwie als Sportschütze was zu bekommen. Von Kalaschnikow quasi unmöglich. Ja, Waffen-Embargo Russlands, Sanktionen. Ihr wisst Bescheid, nehme ich mal an. Und, aber, das ist ein Nachbau, sozusagen ein AK-47-Klon. In der originalen, aber Kashi-Patrone. Und, ja, das Ding nehmen wir heute auch mit auf den Schießstand. Mal gucken, vielleicht drücke ich noch ein paar Scheiben aus, so ein paar Charts, die mich die Woche ausgestoppt haben. Da könnte man mal drauf schießen, das wäre eigentlich was. Also, das Baby nehme ich heute mit. Und dann nehme ich noch mit mein geliebtes AR-15. Ein Schmeißer ist das hier. Und, ja, das ist, ja, ein ganz klassisches AR-15, wo wieder in den USA wieder böse geschimpft wird. Das böse AR-15, wobei das mit der Waffe eigentlich nichts zu tun hat. Aber, das wäre jetzt Lobbyarbeit, wenn ich jetzt ins Detail reingehen würde. Es ist einfach Blödsinn, einfach mal so merken. Genau, die nehme ich auch mit. Die ist, mit der kann man auch mal wirklich schnell schießen. Ich habe für die auch schönes Zielfernrohr mit dabei. Also, gerade auch so für IPSC, das sind schon sehr dynamische Disziplinen im Schießsport. Ist so ein AR-15 auch gut geeignet. Gerade die, die hat auch ein angenehmes Gewicht, die ist nicht schwer. Und, ja, auch das Baby nehme ich mit. Und, dann würde ich sagen, fahr mal erst mal Wurfscheibe schießen. Und, dann seht ihr mal, was so ein schönes Hobby sein kann. Und, schöner Ausgleich als Trader. Und, schöner Ausgleich als Trader. Ja. Ja! Ein paar hab ich getroffen. Ein paar hab ich getroffen. Ein paar hab ich getroffen.